eingestellt, aber du wirst mir bei FIFA nicht angezeigt. Achso. Okay. Keine Ahnung. Tyler, Niklas, Shines, Shia, Mari, Leon, Haruna. Keine Ahnung, keine Ahnung. Bin ich live? Ich bin live. Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen. Ich muss dich noch um eine Gegenstände kümmern. Ah ja, okay. Ich bin wieder live auf Twitch und ich krieg einen 60er Stürmer. Mensch. Besseren Stürmer gibt's nicht, ne? Doch. Denkst du? Füllkrug. Ah ja. Nein, du wirst mir nicht angezeigt. Red, Zack, Drip. Nein, Lisa. Ah ja, Lisa spielt FIFA. Ah ja, okay. Äh, tatsächlich, genau. Stell dich mal online ein. Bin ich. Bist du online? Nein. Neu ist online. FIFA 22. Bist du Rex hat Drift? Nö, genau. Nee, warum kann ich nicht nicht? Hast du ein Chelsea-Logo zufällig? Ja, nee, dann bist du da. Dann bist du das nicht. Dann bist du das nicht. Dann bist du das nicht. Ich bin jetzt gerade auf Twitch live und auf FIFA heiße ich immer noch Bad King 12.9. Ich meine aber, wie heißt er auf Twitch? Der Bremer 12, wie ich auf YouTube auch heiße. Du wirst mir aber nicht Kanäle. Was, Tega? Irgendwas stimmt. Dann bist du, wenn du direkt siehst, ich bin nicht mal. Kann ich das nicht? Ja, ja. Verweise Dein West-Kanadre der Bremer 12, immer noch. Dein scheiß Ernst macht Dein Ton aus. Du sollst Dich Dein Mikrofon ausmachen, Du sollst Du Dein Ton ausmachen. Ich bin an! Was bin ich? Ich bin an! Ich geh jetzt noch mal rein, Food. Vielleicht muss ich das nur aktualisieren. Du wirst mir einfach nicht online angezeigt, was soll ich scheiße? Oh, 3! 3! 3! Oh! XXX1! XXX1 wird mir angezeigt. So! Einladung senden! Ah ne, das ist jetzt! Warum ist das denn jetzt Coop Lobby? Würdest du mich verarschen? Ist das jetzt Coop Lobby? Warte mal, dann machen wir es anders. Du kannst jetzt da nicht mal rein gehen, ne? Nein. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ging das hier noch auf Freundschaft? Warum wirst Du mir nicht angezeigt? Hä? Hä? So, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Schöne. Frech. Wir machen ganz normal klassisch. One Piece mit einem anderen Team. Ah ja. Der ist so kaputt, ne? Hä? Das habe ich vergessen dir zu erzählen, ne. Ich hab, das war kurz vor Null oder so, aber ich hab mich ins Bett gelegt. ich habe ja unter meinem bettkissen ja meine software und ich höre so ein brummen oder so ich wollte töten aber ich habe die nicht gefunden ich habe die nicht gefunden und ich höre das dann so neben mein bett oder was ich gucke nach links kommt mir da die riesigste biene entgegengeflogen ich habe mich so erschrocken auf einmal greift die mich an ich ziehe meine software ich schieße mal ganz immer voller sich nicht getroffene das internet ist von mir warte mal ein bisschen springt schon wieder du spätschicht wollt ihr mich verarschen das ist ein doner ich habe schon wieder kein samstag frei wollte mich verarschen also diesen samstag muss arbeiten oder was anscheinend schon schon wieder im roland center nur roland center wollt ihr mich verarschen nur roland center das ist ein scherz oder ja ok weiß ich bescheid warum du roland center das kannst du nicht sein egal wir hören uns das ist doch nicht mehr normal alter ihr wollt mich doch verarschen das ist nee ja siehst du so oha du hast eine 80er defensiven 87er mittelfeld und 85er angriff ok ja wenn man team sehen soll dann ist die bewertung voll voll unterbewertet ja ich wusste ich wusste irgendwas sehen wenn wir das gleiche ding zu haben das ist so geil die teams werden nicht angezeigt ne tatsächlich nicht ja aber ey ich zerfetze dich jetzt jesse also bitte heul mir nicht die füße voll ich bin zwar schlecht geworden so ist es ja nicht aber ich bin zwar schlecht geworden aber ich gewinne ok das will ich sehen ich bin 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 werder gegen werder schon verloren ja wie langsam ist leid wie war bei besitzen ja 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 oh 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 na ey Digga was macht denn da für scheiße oh du scheiß oh ähm sag mal jota Toyota oh Latte Digga der geht rein mit Cole ich glaube nicht Digga lauf doch ne wen habe ich denn stehen wahrscheinlich den anderen anderen fotzen guck mal der Pille grinst sich an wer grinst mich an die sind drei bein ja so halb Junge ja jetzt kommt aus dem bilderbuch er hat er mal schwarz abgeschossen aber passt schon du meinst das dritte bein alter ja der Piro digga oh Junge ich komme nicht durch durch deine verfickte Abführmann jo oh ich glaube ich habe nicht mal einen Torschuss ne ey ich komme nicht mal übers mittelfeld jetzt kommt Joshua Kimmich äh 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 er macht gleich wieder diesen ding 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 hoch 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 ey ich habe doch passen gedrückt hey Junge Kuli Bali macht der dreist bein lang Junge oh nein 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 oh äh achso den hast du ein Tor ok ja nein nur den Gold ich bin ich habe zwar 300k aber ich kaufe mir keine Leute ja brauchst du auch nicht so wie meine Spieler schießen das ist ja äh Mann komm nicht weg Digga der hat wow das nenne ich ja mal einen geilen Pass jo man Haaaa PWh Ey Schiri 11 Meter? Nein Digga der hat der Zwiebel hat der Zwiebel tochter risiko he 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 laughing Hih Hey du frierst es Ferne und dal будst du mal froh Alter nymi Hih hih das muss ich jetzt nicht nachvollziehen oder bitte was links das andere sachen machen lachen dachten sie haben sachen machen auch nein auch nein jungen fängt jetzt auch noch damit an mit diesem scheiß seitenwechsel das tor steht aber unten weiß so muss das sein ich zeig dir jetzt ein trick doch kein trick Digg, ey! Man sagt, wow, wow, hey! Oi! 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 Puh! Der war ein Tor! Juuuuh, auf jeden Fall! War der mal eben? 171 ist Roland Center, weil die eine aus dem Roland Center, die ist fast den ganzen Monat mit im Kaufland und im Steintor. Also die ist nur ein Tag in ihrer eigenen Fiat. Ich hab 60 Schüsse! Ja! Untertitelung des ZDF, 2017 Digga, also ich werde nächsten Monat ganz bestimmt keine vier Samstage am Stück durcharbeiten. Könnte ganz schnell vergessen. Digga, was machst du da? Nein! Ah, dein Torwart hat gelb. Warum?! Warum kriegt dein Geld? Das war doch kein Foul, Mann! Oh! Oh! Scheide! Höö! Hey, Mann, der schießt wie ein Vogel, ne? Ernsthaft? Der Pasta hat ja absolut total was genutzt. Was denn? Was denn? Ah ja ok. Ja ist gut. ja ist doch alles gut ich habe scheiß depriphasen gerade und auch noch so eine scheiße die groß mit der nummer eins wir wissen wo dein auto steht was wir wissen wo dein auto steht Schiri Schiri ich stehe morgen vor dir vor deiner Haustür wenn du das machst was ich sage Lange die schlung dong dong ja irgendwie habe ich kein glück gerade Lange die schlung Lange die schlung die schlung die schlung die schlung wo läuft ein auto hin hä bei WhatsApp schreiben, sorry. Ah, dann werden deine ganz Liebhaber oder was? Ja, ich merk das schon, meine 20 Girls, weißt du? Komm, Digga. Nein! Digga, ich hab einfach kein Glück. Wenn ich jetzt ein toller Tor mache, schuldest du mir 5 Euro. Warum? Digga, ich kann machen, was ich will. Guck mal. Guck mal, du brauchst... Wenn ich das machen würde, würde ich nicht durchkommen. Oh! Den Freischuss nehm ich mir, Junge. Was für... Genau das mein ich. Egal. Ach, egal. Ich sei ja FIFA ist ein Arschloch. Kapessi, ich war von der Linie. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Guck mal, du hast Roberto Carlos, Alter. Und der wäre... Ja, gut, der wäre eh nicht reingegangen. Ach, ich... Mann, leg doch nicht die beiden 20 Kilometer weit vor, Alter. So kann man auch nicht gewinnen. Tö, Junge! Äh. Oh, fang in. Äh. 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 Entschuldigung, ich kenn dich. Just in. Hm. Die mal an meinen Fänger. Nee. Warum nicht? Keine Lust. Boah, ey. Ist das ein Bappé oder was? Ja. Der nie zum Einsatz kommt heute in diesem Spiel irgendwie. Ey, das gibt's nicht, Alter. Das gibt's nicht. Fänger, Junge. Der Flankenfänger, Junge. Komm, wenigstens ein Tor. Oh nein, natürlich nicht. Digga. Digga, wo willst du denn hin, Alter? Digga, was ist das? Was? Ja. Digga, was war das? Nee. Also dieses Spiel ist scheiße gewesen, definitiv. Äh, Chiru! So, klatsch im Chiria. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Super, Jungs. Super. Digger, warum bekommt... ...die so viel frei, Alter? Die bekommt dreimal frei, Alter. Frech. Ey, ich bekomm nicht ein Samstag frei, ne? Nicht einen Samstag. Ich darf sogar sechs Tage woche... Wollt ihr mich verarschen? Ist mir scheißegal, die werden noch sehen, was sie davon haben. Ich... Keine Lust drauf. Digga, die machen mich psychisch kaputt. Und die merken das auch nicht mal. Aber kein Wunder, wenn... Aber kein Wunder, wenn... 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 Wenn ich schlecht belohne bin, ich lasse das einen Kunden aus, ist nicht meine Schuld. Bin ich ganz ehrlich. Ist nicht meine Schuld. Sie auch nicht, nein. Digger, ich bin der Einzige, der vier Samstage da ein Stück durcharbeiten muss. Einfach behindert, Digga. Es gibt genug Leute in dem Beruf, wo man immer wechselt. Ne, das Ding ist, ich bin Azubi, weißt du. Ja, trotzdem, Alter, du bist eigentlich schon fast... Du bist eigentlich schon fertig, so gesehen. Ja, ja, wir kriegen eine Azubi, ne? Die arbeitet... Freitag. Sabster hat sie Freitag, danach hat sie Schule. Danach arbeitet sie wieder, dann hat sie direkt Urlaub. Was ist das? Und ich krieg keinen Urlaub. Hat sie Snapchat? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Das ist mir sowas von scheißegal, um ehrlich zu sein. Das kann nicht sein, ehrlich. Können mich schon wieder über aufregen. Das ist mir sowas von scheißegal, um ehrlich zu sein. Wollen wir da nochmal Ultimating probieren, oder was? Was machen wir, wenn du willst, oder normal? Ne, egal. Ja, ich muss erstmal ganz kurz nochmal... Ich bin doch der Venetis Jr. für Mbappé. Ich bin doch der Venetis Jr. für Mbappé. Ja, aber wenn du auch der Venetis Jr. spielst, dann kriegst du auch ein bisschen Chemie mehr. Äh, ich hab sowieso ne 77er Chemie. Kannst du eigentlich deine Alpiro verkaufen? Oder ist er anscheinend über... Wen kann ich verkaufen? Der Piro? Weiß nicht, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich weiß nicht, ob da was wäre es. Ich schätze, ich 7, 7. Ich hab sonst nix mehr. Ich hab sonst nix mehr. Ich hab sonst nix mehr. Ich hab nur nix mehr. Abdiiii, ich kann euch nix mehr. Wie, ich komm klug nicht rein. 2G, ich hab 20 dabei. Monkey die Waffe, einfach Monkey die Waffe. Problem? Digga, weil der, was? Da ist ein Fehler auftreten, wird es mich verarschen. Hä? Warum sind meine ganzen Spieler weg? Nein, nicht ein, dann. Egal, wir spielen normal. Ich hab jetzt keinen Bock, nochmal das hier umzustellen. Jo, ist gut. Ich hab jetzt einen Bock drauf. Ach, petz mich da schon wieder an, dass ich schon wieder nur sein Verarbeiten mei, was bin ich? Bin ich ne Lakai, oder was bin ich? Bitte? Bin ich ne Lakai, oder was bin ich? Ah, das ist einfach scheiße. Ich versteh das nicht. Komm doch auf echt nicht klar. Digger, dann siehst du, du hast an dem Samstag doch nicht frei. Du musst aber noch sechs Teile machen. Hab ich den siebten siebten frei? Den muss ich frei nehmen. Ja, den habe ich tatsächlich immer freigekriegt. Und da sollte ich Spätschicht machen. Und den lasst du ja auch nicht wegnehmen, ne? Ja. Das kann es doch nicht sein. Ehrlich, das... Eins, zwei, drei, vier Wochen. Ich mache jetzt acht Wochen am Stück Spätschicht. Scheiße. Wow, ich habe einen Tag früh. Wow. Nur Spätschicht. Nur. Nur. Das ist doch nicht mehr. Das ist nicht... Däh. Däh. Ich... Du stehst das durch, Digger. Du schaffst das. Bald bist du fertig, Digger. Und dann kannst du... ...der Mittelfinger zeigen gehen. Ehrlich. Da kann er mich... Da können die mich auch anrufen oder was auch immer. Ist mir scheiße hier, aber das geht mir eindeutig zu weit. Aber ich kann mir nerven zu. Echt nicht. Weil planen kann ich auch nicht. Was soll ich denn da planen? Eben, man. Du hast so... Also... Das heißt keine Freizeit, ne? Also... Klar, du verdienst dein Geld, ne? Das ist aber halt einfach kacke, weil du hast halt nichts von deinem Leben. Nicht mal. Nicht mal. Ich kriege ja nur ein Azubi-Gehalt. Mehr kriege ich ja nicht. Kriege gar nichts. Das ist ja... Wie viel Geld hast du nochmal? Knapp 800. Eja, das ist nichts. Das ist gar nichts. Vor allen Dingen für diese Preise. Ich bekomme schon in meinem ersten Lehrjahr 1000 Router ausgezeichnet. Glaub ich irgendwas mit 766 oder so. Im ersten bis im dritten. Das ist schon böse, ey. Digga, du bist doch seine Frau, Alter. Man merkt, dass die keinen Bock hat. Wenn es danach geht, hat die keinen Bock. Die hat nur Bock, wenn es um ihre Nase geht. Also, wen habe ich denn so? Hast du ernsthaft Bayern genommen? Nee, ich habe die Frauenmannschaft genommen. Ja, damit du schön die Titten siehst, ne? Sag mal! Soll ich den leistigen Dingser schicken hier? Wie heißt der doch? Lucia? Kannst du sehen, dass du andere Reiber hast. Bayern Frauen! So, was haben wir denn hier? Nix. Ich bleibe still. Wie ich? Kommt Glück nicht rein. So, ich geh. Ich hab 20 dabei. Weh. Egal, nächstes Jahr bin ich da draus. Ich will noch überlegen, ob ich direkt Januar gehe. Aber das Ding ist, die haben einfach nur Glück, dass die BSAG im August erst Azubis nimmt. Das ist mein Scheiß-Problem. Ansonsten wäre ich da schon länger weg. Deine Mutter ist so fett. Das erste klasse Foto trug immer noch. Boah, ich kann das nicht auch. Ich nicht. Boah. Oh, oh. Ist jetzt schnappig, ist jetzt schnappig, ist jetzt schnappig. Boah. Boah. Ja, Tader würde sich jetzt freuen. BVB und Bayern Schmutz Ich hab keinen Plan Besser Mannschaft Bayern hat ja jetzt auch Mané geholt Scheiße Jetzt genau steigen wir in die erste Bundesliga wieder auf und dann kriegen wir einfach ins Radio Mané als Gegner Perfekt Nö ich ja so war eine mit einer der besten Schüler der Welt Haarland ist bei Manchester City Der existiert noch Lebt er überhaupt noch Ist er tot Du kleiner mummels Alter Robert Lewand-Kolski Robert Lewand-Kolski Oh Mann Kobel aus dem Tor Ködel ey Ähm Ich wollte das so Äh Schüri Schüri Voll Freischaus Rot Direkt 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 Scheiße Also der ist so langsam Komm neuer Komm raus Neuer Ja Nein Scheiße Digga Geh Er Ecke Ja ja ich meine wenn du schneller sein möchtest musst du drei also zwei mal er zwei drücken dann nach zwei mal hinterher warum dann müsste schneller also macht er so ein richtig richtig lang sprint ehrlich zu sein ich mache es auf davis sagen wir mal jetzt okay ich habe gesehen aber drückt jetzt wird zu schneller aber nicht die ganze sonst bist du gleich mal aus der wittlöchner der kann nicht schießen dass der witz ist einfach dass der witz ist einfach die machen einen auch psychisch damit kaputt und das merkt ich habe darauf eigentlich ehrlich gesagt auch kein bock vor allem mein bezirkshalter sagt spring ist nicht mehr was ist diesen monat nicht nach springt du hast glück gehabt oder das war nicht mal geld natürlich das ist ja von hinten reingegrätscht ja und so scheißegal ob ich deine scheiß karriere bände oder nicht was für die karriere da kommt der rühlöffel mhm lecker lecker linsensuppe wird gleich schon gegessen heute gab es bei mir nudeln bei mir gab es meckes und nudeln oh ja mein kumpel hat auch mal nudeln gemacht als sie bei ihm war ich habe ja meine oma gegessen zu meiner verteidigung das erste mal fertig sie wusste dass ich komme ich war auffällig die jahre muss man ganz los der läuft wie eine frau ne aber der ist so langsam zu haben ein hat er nicht schnell auch ja die ja mit fuß und mit hand dann noch robert liefern gut der städte 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 die rief k k k Und Tschüss Was ist das denn? Digi Was ist das denn? Ich bin ein richtiger Profi hier Sag mal, wird es mal eine Karriere werden oder was? Ja Ich bin der Raum Ich brauche ein länges Fuß Hier ein länges Fuß Hm, schade Oh Der Profi Ja, ja, ist klar, Junge Ist klar Ja, Junge Warum hab ich dir dieses Dick gezeigt, Alter Ui Ey, das gibt's nicht, Alter Der Torwart Tschüssi Rot Gar nix Scheiße, rot Warum rot Digi Was ist das für eine rote Karte? Alter, wollte ich mich nicht verwirrt Ja, warte mal Der Volk, was war das denn? Digi Rote Karte Ey, ich komm doch auf die Karte gar nicht, glaube ich Lauf mir das Ja, aber ich hab mir grad hier den Jedi-Spiel angeguckt Also Digi Du hast mich einfach nur Du bist gegen mich gelaufen Ja, und dafür krieg ich rot, Alter Und du kriegst mich, kriegst du gelb, Alter Ja Du hast meine Karte gewendet Ich hab deine nicht gewendet Ja, ich merk das schon, Alter Echt Mein, mein Ja, super Jetzt soll wir mit einem weniger auch noch spielen, ey Geil Ey, warum Das nennt ich mal YouTube-Content Einfach, einfach ne rote Karte Du kannst ja so dein eigenes Meme-Kanal machen Hm Mein, was? Meme-Kanal Also lustige Momente Nächste Station ist Hamburg-Harburg Digga Also ich wusste nicht, dass wir zum Tanzen hier sind Sondern zum Frühstück gehen eigentlich Ja Digga Leute, ganz ehrlich Das ist, ey Das, ne Sag ich Sag ich jetzt nicht zu, ne Der ist drin Jawoll Wie ging der denn rein? Digga Hä? Digga, vor das Traumtor, Alter Alter, vor das Traumtor, Mann Flanke, Baba Kopfball, Alter Tschüss Tschüss Nein Trotzdem einmal weniger, ich gewinne das hier Jetzt kommt Müller 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 Der Mülleimer Thomas Müller Müller Foul Müller Immer noch ein Ball Thomas Müller immer noch Müller Müller Komm Müller, Kämpfe Kämpf Müller Kämpf Schön Müller Müller Digga, bist du raus Thomas 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 Müller Müller Müllerfetisch, Alter Digga Müller Thomas Müller Thomas Müller Thomas Müller Mit dem Schuss Müller Thomas Mit dem Schuss Thomas Müller Naja 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 Thomas Kleiner Mülleimer, Alter Mülleimer, Alter Müller 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 mit der Nummer 25 Mach deinen Solo Müll Oh Junge, was ist das denn bitte? Thomas Müller 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 Mit dem Solo Müller Tschüss Tod Dinger Dinger Als wenn Als wenn Thomas Müller Als wenn Müller so durchlaufen kann, alter Dinger Dann hat zwei Minuten macht Bayern noch 3 1, nicht zu fassen Müller Thomas Müller Müller Mit dem Mit dem Müller 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 Digga, das ist die rote Karte, alter Müller Thomas Müller möglich gar nicht mehr alle schießt jetzt nein die wendelski thomas mörder schießt in der mitte mörder schießt den gar nicht mehr komm mal komm mal müller 9 50 164 6 bei er schießt die tor und hier im halbschlaf weg bei dem er nicht dass sie eng der schiebe ich darf nicht lassen die klasse der neue messi liegt das nieder auf thomas mörder oder thomas mörder mit dem schuss ja davon besteht keine so egal der alte knacken oder büller macht das top büller da macht er das fort nicht zu fassen und er machte 1 hat das kannst du nicht sein alter jetzt ist das einmal die klasse die klasse von zehn minuten mache ich einfach für vier däger mit mörder und 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 gelb mit v e ich sagte zu absolut gar nichts aber passt schon weil ich die ich die war trotzdem der telefon sechs oder schickt robert lewandowski was macht er macht traurig war die gerne ist der du hast du geile tor gemacht und dem was du dich halt jetzt kommt das schönste tor musste gestehen war wirklich von mir das schönste tor war wirklich von mir oder ich war auch noch ein traurig und zwar jetzt niklas sülle der neue messi die kassel von so dames auf müller 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 blut 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 kronen der richtung oder was denkt da an uns Oh Junge Weg mit dir Digga, wieder Gelb Falsch geguckt hier Falsch geguckt, das ist gelb E84 von 3 Das ist gelb Ich mach keine Falschüsse rein Dafür ist FIFA zu fame Manu, Manu, Manu Manu Neuer Macht er Sein Tor in seiner Karriere Manu Neuer Manu Neuer Manu Neuer Neuer Ey, das ist ein Bug Ganz ehrlich, das ist so Neuer Warum fällt dir so Spaß Ist doch egal, du hast doch inge von selber froh, Alter Wenn du solche Tore da machen kannst, ey Ey, ich kann machen, was ich will, ne? Möller Das Langbein Mauter Mauter Rot Warte, ich muss wechseln Digga, neulachen Zeig jetzt nicht zu, ne? Ich hab einen Freistoßspezialisten auf der Bank Der muss rein Was kriege ich, wenn ich jetzt diesen Freistoß reinmach? Nicht Warum? Ich finde ich nicht gut Ich weiß nicht, 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 ich das höhen die müssen so letzte sekunde und jetzt kommt ein traumpreis schluss aus dem bilderbuch ist nicht vor der linie nein 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 du hast doch schon sechs tore alter das kann ich dir so wie es ist beide spiele da hast du auch mit fifa ein bisschen glück gehabt bin ich ganz ehrlich das wäre der traumpreis schluss gewesen mann ich würde ich will noch ein tor machen frech aber ehrlich der war gut geschossen ja bin ich ehrlich ich bin auch ehrlich dass du mit ein paar besseren spieler an da dran kommst aber ich sag mal so mein freistus haben wir noch am besten natürlich ich denke ich bin gut im bestraft wird da war es warum schwingen in der dreier formation richtig Das ist richtig. und man muss aufschlösen der gekämpft zeigte wie es ist und erledigt m m ja ich höre ich mache heute nach dem freistestand ja ey der war nicht im oth hä was war das denn ja 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 Ich bin jetzt mal ein... Piss dich! Du denkst, was ich noch gesagt habe? Je boi! Ja, willkommen im Klub, wir machen es erst Tage Woche. Alter, kannst du dir nicht erklären. Ich sag, ich will einen Traumbaum machen, was es er macht. Egal, ich mache noch weiter, das sage ich dir so ein bisschen. FAUL! Oh, Arschloch. FAUL! Mann, ich kann nicht mehr. FAUL! 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 Schwester, ne? Nächstes Mal, wenn ich vor dich stehe, krieg ich so ein Ding, weil du mir mein scheiß Preis gesehen gegeben hast. FAUL! 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 Das ist pissig! Hey, das kannst du vornehmen, der nicht erklärt! FAUL! Wir gehen durch die Latte durch! Oh nein, ich sehe ich wieder, komm, nein, 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 oh, Junge. Oh, nee, pisse ich. Back with it. Ja, Digga, ich hab doch... Alter, nee, das ist wirklich scheiße. Ich hab Ball gespielt. Weg mit dir. Oh, woher? Digga, ich hab einen Balken gedrückt, ne? Einen Balken hab ich gedrückt, ne? Er schießt über die Berge, man. Guck mal, eben gerade, ne? Aus 30 Metern macht er fast einen Traumfreistoß, Digga. Aber aus 12 Metern, Digga, sag ich's, wie du es ist. Schießt ja wahrscheinlich im Publikum seine irgendeine Oma ab oder so, ey. Ist das so, ey? Nein! Was kann dazu überhaupt, man. Danke. Nein! Haaa! Digga! Das ist das nicht so, ich kann nicht so gut machen. Das ist das nicht so. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. ja egal was für knopf ich drücke ich bekomme den bein es gibt es nur ein knopf man ich glaube trotzdem alles nicht ich glaube trotzdem alles durch das ist ja nämlich das ding ich kann machen was ich will ja ist klar alter mit dem fuß also manchmal habe ich das gefühl die spieler sind blind wirklich ja sind sie ja da wird alles frei gewesen was macht er macht Das ist ein 4-Post. Digga, was ist das für eine Mannschaft, Alter? Das ist das eine Blockade-Mannschaft. Mit der Nummer 9. Robert Lewand-Golski. Man kann ja jetzt noch Haus, jetzt einen Flughafen. Man kann ja jetzt noch Haus, jetzt einen Flughafen. Okay. Ich kann das Tor auch aus dieser Entfernung. Lass mich. Digga, du hast gerade zwei Spiele mit 6 zu 1 gewonnen, Alter. Meine Spieler wollen nicht, dass ich gewinne, echt. Warte mal eben kurz. So, Spiel hat... Hallo. Ja, ich bin doch da. Hallo. Hallo. Existierst du? Digga, hörst du mich nicht? Existieren sie? Oh, Junge. Diese Spiechen habe ich jetzt echt so keinen Bock. Hallo? Oh, schön, guten Abend. Hörst du mich jetzt? Die Höhe ist jetzt so spürtig, damit wir sehen, aber muss man kurz mal existieren. Ich existiere doch. So? Im Live. Ja, im Live. Ja, ich habe nur nicht verschrieben, weil ich gerade im Spiel bin. Was ist denn los? Doch, bin ich. Du weißt ja nie, wo ich live bin. Okay, aber so ist es. Doch. Nein! Pifa. Ach man. Oh. Oh nein. Hä? Einer. Ich stelle das nachher aber eh auf YouTube hoch. Yes, Junge. Du kriegst keinen Freistoß da hin. Die Fresse. Bitte geh weg da. Nein, 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 nein. Ich höre keinen Bock mehr, Mann. Bist du drin, oder was? Nein, ich meine im Livestream. Dass du auf dem Balkon bist, ist mir klar. Ach nein. Nein. Ne, aber ich kann nächsten Monat gar nicht planen. Ja, nächsten Monat. Ich darf nur noch sechs Tage Schichten machen. und ich darf nur spätig machen nur spätig keine Prühe, keine Mittel nein überhaupt nicht wenn du nix wenn du keine Freizeit hast oder so, gar nix wenn du nicht mal in Raut fahren kannst oder so, wenn du nicht mit Freunden treffen kannst aber ist nicht schlimm ich bin zwar dann psychisch kaputt, war noch mehr kaputt als wie sonst was, aber passt schon und dann musst du auch noch eine Fiale erarbeiten, die dich noch provozieren die dann noch schön in deinem Café noch Kaffee trinken und dann noch schön Eis essen und wir alle schön vorgaukeln, die sonst noch so auf die Fässerung kommen und dann darfst du dann noch schön Spätig machen und die anderen beiden machen früh ich sag ja, ich mach diesen Monat bestimmt irgendwer, ich sag dir, ich krieg bestimmt noch viele Beschwerden aber kein Wunder, echt Oh, der kann nicht schießen Warum kann deiner schießen? Meiner kann schießen halt einfach Das war ein Glückstreffer Meiner hat nicht gut gefrühstückt Ja Oh Digga Wie lang hast du morgen Schicht? Frech Dann komm doch morgen Friedrich Kalt vorbei Ja Ja Alles gut musst du nicht, aber ich bin bis 20 Uhr sowieso da Also von daher Ich seh's ja Digga, was ist bei Neuer falsch gelaufen, Alter Alles klar Alex Viel Spaß mit Jackie und wir hören uns, ne? Ja Ja, hau rein Ciao Ciao Ja, bitte ich dir auch Ciao Ich wirst dir Alex so'n geiler Maler Ich liebe ihn Ich weiß wie ich dein Tor toppen kann, Digga Ich muss einfach ein Fahrrückstuhl-Tor machen Digga, erst wird's ein Freischuss-Tor machen Ja, der erst nicht Und jetzt wird's so'n Freischuss-Tor Hast du irgendwie grad das Tor gesehen? Nein 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 Nein, scheiße, Digga Thor hat doch dein Handy nicht mehr benutzen Verboten nicht Wird als Handspiel gewertet Schiri Wir wissen, wo dein Auto steht Dieser Bus fährt weiter als Ersatzverkehr für die Straßenbahn Schiri 1 und 8 In Richtung Hauptbahnruf Digga, ich kack hier gleich Du kackst die gleich, ja Was für die Fähigkeit du in dein Bett kackst Ich kack hier gleich Digga Ich verärte hier nicht schallieren Ich fäll' diese Jetzt mach' ich ihn rein Weg mit dir Mann Er schieß höher als Demo und Elbe Rhythm Was? Robert 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 Digga, das kannst du dir hier aus, mein Scheißchen Digga, ersten beiden Spiele hast du gewonnen, jetzt hab' ich auch mal gewöhnt Aber ich sollte mich trotzdem nicht zu früh freuen Und genau deswegen sollte ich mich Genau Geschwister, ich darf das nicht sagen, dass ich gewinnen Ich darf es nicht Ach Junge Oh Digga Oh Digga Wohin? Da hin Oh Digga Das kannst du dir nicht aus, mein Digga Er macht zwei solche Tore, alter Zwei solche Tore Das kannst du dir nicht aus, mein Digga Ich sch- Ich hab' so gecallt, meh Digga Ich- Ich weiß schon, wie deine Video Beschreibung ist, Alter Ich- Ne Ich hab's gecallt, Alter Ich weiß nicht, muss Erstes Spiel verloren Zweites Spiel verloren Drittes Spiel Zwei solche Tore am Stück Ne, ey Ey, wenigstens, ey, komm, ich mach hier raus in elf Meter. Ja, wichtig, wichtig. Wichtig, komm, komm, taj, 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 ganz schnell hier. Kannst du halt auf Montemachen, Alter. Wichtig, wichtig, wichtig. Ganz wichtig. Jappi, komm runter. Nein, nein. Jappi, komm runter, lutschen. Die Fresse. Ey, Digga. Mann. Ich verliere hier, nein. Du kannst das mal nicht verloren. Pfeifab, 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 pfeifab. Woher kommst du? Oh, Digga. Ich muss mir mein T-Shirt aufziehen. Digga, ich schwitze so hart, Alter. Oh, Digga, ich schwitze so hart. Einmal von, die, einmal, die Latte, was? Einmal von der Latte ins Tor rein. Und dann diese dreckige Drecksort. Wirklich, zwei Minuten später machst du dieses Scheiß-Tor. Digga, welche Formel heißt mit Nachnamen Thiele, Manns? Digga, ich kack dir so in deine Scheißfresse, Mann. Oh, ich habe mir neu, er hat so schlecht gefrühstückt, ey. Er läuft. Das kannst du, ja. Ja, ich komme ihm rein, warte. Oh, Tyler. Glühwürmchen hat mich geedit. Ah, ja, okay. Yvonne weiß. Ah, ja. Oh, Mann. Ich habe nicht mal einen Freischuss-Tor gemacht. Hm? Ich habe nicht mal einen Freischuss-Tor gemacht. Oh, Mann. Blühwürmchen, Klopfaugen, lange Nase. Es ist Mars, Skorpion, Prostitution. Ich komme ihm jetzt Frankreich, Digga. Glühwürmchen. Glühwürmchen, Digga, wer ist das überhaupt? Digga, der kann das sein. Hast du mich markiert? Natürlich. Okay, warte, 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 warte. Ja, aber als Round-Snap-Menu. Ich brauche Follower. So, kriegst du noch einen. So. Bitte. Hast du als Round-Snap geschickt? Ja. Wie alle? Ja. Ja. Digga, die schreiben mich gleich an, warum schickst du mir zwei Snaps am Stück, Alter? Digga, das machen Frau Philippe bei mir. Digga, wer ist Glühwürmchen, Alter? Nein. Hä? FIFA? Digga... Wollte dich was fragen, okay. Wer denn? Glühwürmchen. Kommst du aus Bremen? Ja. Nee, ich komme aus Zimbuktu. Wusstest du das noch nicht? Ich bin... Ich bin... Alex hat einen Snaps wiederholt. Alex hat einen Snaps wiederholt. Oh, der ist verletzt. Kennst du günstige und sauber Hostels? Ach nein, Digga. Fang jetzt nicht damit an. Ist das eine Deutsche oder was ist das? Sie ist... Ich denke mal, ist Code Girl. Glühwürmchen, Alter. Ich nehme mich auch gleich Glühwürmchen. Ich nehme mich gleich Biene, weißt du? Marvin, die Biene, Alter. Ich bin die Biene, Marja. Ja. Und diese kleine Bienen, Marja. Das soll ich dir nochmal sagen? Was denn? Das denn? Was denn? Ja? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Weil ich schöne Tore im letzten Spiel geschossen hab. Soll ich dir mal dazu was sagen? Was denn? Das war ein Scheiß-Tore. Ein heißen Maul. Ich hab... Mann, der neue hat einfach schlecht gefrischstückt. Der hat seine Protein-Checks, glaube ich, gegessen. Nein. Der hat einfach gar nicht gefrischstückt. Der wollte was frischstücken, aber er konnte den nicht. Die Frau hat nein gesagt. Digga, hast du was gesoffen oder gekifft oder was ist los? Nee, hab ich leider nicht. Ach nee, ja. Jetzt mach ich das Tor. Digga! Glühwürmchen. Digga, der Name. Digga! Ich wollte es probieren. Die Suche nach Hotels. Schreib dir jetzt die ganze Zeit. Ich hab schon gegugelt und so. Und schreib mir mal noch. Digga! Er sprengt, der rede ich über die Gräte. Ja, da steht auch jemand. Ist da jemand? Jemand da drin? Oh, oh, oh! Digga, das war ein Traumtor. Sag's, wieso ich sie ist. Das war so schön gespielt. Markelian Mbappé. Ah. Das war echt schön gespielt, Digga. Hm? Das war richtig schön gespielt. Das Ding ist Frankreich, ist auch nicht schlecht. Nein! Keine Rote, bitte! Nein! Och, nix. Wer sei es. Hm. Hm, gut, ja. Ich frag, zeigt dir mal... Digga, warum gibt es bei Snapchat so viele Fakes? Weiß ich nicht. Frag Snapchat. Ah, ich schwör's dir. Ich hab schon echt gewundert, warum Snapchat nicht mal aufräumt. Aber das machen die nicht. Digga, vor allen Dingen, diese Leute nennen sie D, R, C, A, B. Keine Ahnung, wie die heißen, da. Und jetzt so eine, die Glühwürmchen heißt, Alter. Digga. Glühwürmchen. Ich wusste nicht, dass das einen echten Namen... Digga, morgen Glühwürmchen. Was geht ab? Ja, Mann, die, die Älter waren, äh... Die hatten keinen Lust, einen Namen zu geben. Ich merke das schon, Alter. Glühwürmchen. Die, die, ich wollt grad sagen, die Lehrer. Die Älter waren sehr einsatzlos. Die Lehrer. Ja, vielleicht waren die Lehrer. Ja, Mann, lass mich. Vielleicht waren die Lehrer Lehrer. Digga, heute läuft's wirklich nicht mit meiner Sprache. Äh, die Lehrer waren Lehrer? Ja, das macht Sinn, ne? Ja. Lass mich? Der Bus ist auch ein Bus. Das ist der Straßenbahn, ne? Wohin? Guck dir das an. Du machst einen Traum. Du machst so Traum, ne? Komm, noch mal. Ja, Putz-Fahr, ich krieg's höher als keine Ahnung, man. Ich krieg's höher als Ronaldo. Tief. Tief. Kannst du mal Susi sagen? das war unverdient der taubere einfach so lange um aufzustehen er braucht einfach zu lange um aufzustehen er denkt sich nur er ich fixe mir jetzt erst mal was er wickst sich gleich erst mal auf dem rasen und damit er mit auf der stelle geklebt oder was ist genau das nein mann der will fang ihn doch der torwart ist geil fang ihn doch alter oh nein der geht rein sag ich dir ich habe sie unterstellt mir gerade weil ich hier lebe dass ich erwarten wissen muss wie viel hier ein hotel kostet dicker das sieht doch nicht moral an jubel 2 2 1 schon wieder scheiße ach junge dicker wie kommst du da so an den ball ran nein die machen den mache ich jetzt rein das war doch keine hier auf 35 meter dazu nicht sehen nein der war ganz klar aber ja junge du hast eine abgut gestellt das war geplant da fehlt jetzt mal gerade mal ja ich muss kann's ja okay ja okay ja okay joh Nehmen wir einfach das hier. Hier, bitteschön, kriegst du ein Bild von Google Maps. Leck mich am Arsch. Kannst da ein bisschen vögeln, wenn du willst. Safe in Escorto oder so, hundertprozentig. Frag sie doch, ob sie dich escortiert. Digga, keine Ahnung. Der Witz ist, die Leute bei Snapchat, die sind alle dumm. Warum? Weil alle Leute direkt immer was... Bitte was, bin ich dumm? Also außer jetzt private Freunde, die ich kenne, so, ne? Kein Motel, Digga, woher kommt die aus England oder was? Motel ist... hä? Digga, die schreiben Motel. Ja, das wahrscheinlich... nein. 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 Scheiße. Hotel... Jugendherberge, Digga, wie alt ist die? Deswegen war schon die auch Glühwürmchen. Glüh... Glüh... Pfeife dich ab. Pfeife ab. Pfeife dich ab. Hey. Nein. Jetzt pfeife ab. I'll tell you... I'll tell you... Come on. Come on, motherfuckers, come on. Telling us something, your mom doesn't know. Oh. Ja, das ist das Ambrill. Das ist das Bekannteste in Bremen. Schiri, Foul, Rot. Boah, gelbe! Huh? Der Schiebsrichter mag Gelb. Nee. Jo, das war nur Eigentor, schade. Digga, ich hasse, du bist am Pfeife spielen und dann wollen die Leute was von dir. Ja. Mom. Mie, mie. Tschüss, Digga. Schieß doch, letzte Kameramann. Ja. Warte mal eben. Digga, ich... Er hat ja ernsthaft einen Abschluss gemacht. Wurde mit Verarschen. So, weiter. Oh, ich hasse. Was ist denn mal dieses scheiße Multitasking, Alter? Gibt's nur zwei Stück. Auch geil. Digga, Bremen braucht nicht mal viele Jugendherbergen. In England gibt's viele Jugendherberge. Ja, aber nicht Bremen. Bremen hat keine. Bremen, Bremen ist klein, Bremen hat höchstens Hotels. Aber ansonsten gar nichts. Perfekt. Glühwärmchen, Alter. Glühwärmchen, Alter. Er kommt auf den Namen nicht klar. Digga, du führst noch 2-1, ne? Das sehe ich gerade. Hm. Ah, ja. Glühwärmchen. Glühwärmchen. Lange Lasse. Wollen wir eben? Ah, nee, kann ein Schreckbeschirm machen. Ja, ja. Äh, nee, der Witz ist, der Witz ist, es ist der einzige Jugendherberge am Brill. Und ansonsten gibt es in Bremen keine, weil Bremen ist so eine kleine Stadt, die brauchen das nicht. Also es gibt nur die einzige. Hey, du spielst ja, du, okay, Alter, was soll das? Digga, ich habe eine Hand Handy, eine Hand Controller. Jo. Oh, schade, falsche. Okay. Digga, mach doch Audio, ich habe auch Audio gemacht. Ist bei dir ein Flugzeug oder was? Bei mir? Ja. Der fährt gerade über Deutsch, fährt. Digga, war mir das. Ich. 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 In Bremerhaven, ja, machen wir mal Bremerhaven. Nein, das gibt es nicht. Ja, wie gesagt, in Bremen ist das das einzige und in Bremerhaven gibt es auch noch welche. Aber wenn ihr in Bremen sein wollt, müsst ihr das nehmen, ansonsten müsst ihr ein Hotel nehmen. Es geht nicht an. Auffrage, rede ich auf Deutsch? Ja, ich rede auf Deutsch. Aber wenn das Engländer so will. Ja, wahrscheinlich ist die so Englisch-Deutsch gemischt. Oder die übersetzt alles. Digga, wenn du mir eine scheiß Escort-Dame schreibst. Glaub ich nicht, weil die sucht eine Jugendherberge. Und die schreibt auch ziemlich klar, also von daher denke ich mal, dass die 15 oder so ist. Ist mir auch scheißegal. Die war mir direkt unsympathisch, wo die gesagt hat, so Digga, ich such nach einem Hotel, mehr nicht. No diggidigi. Ja, ich merke doch schon. Better bag it up. Hat sie mich gefragt, ob ich mir aufs Wochenende frei und mit. Wer reißt denn überhaupt, ne Klasse oder was seid ihr? Und vor allen Dingen, wie alt bist du überhaupt? Ja. Sag mal, wer ist er denn? Das ist, ähm... Das ist, ähm... Was? Was? Das ist Kaka. La Kaka. Und ich hab Kaka gemacht. Piss dich. Lass mich! Ey! Ach, nö. Ach ja. Ich bin ja wieder Tauertchen auch gehalten hat, Alter. Ja. Aber wirst du nicht. Jawohl! Frech. Digga, 2 zu 3. Vielleicht kommt 3 zu 3. Wer erwähnt will ich immer? Oh, so, wahrscheinlich auf einen Kommentar oder so. Hey! Ich mach eh nicht mehr den Ausgleich. Dafür ist es zu spät. Ja, okay. Wenn man auch so eine Scheiße macht, ist es auch dafür zu spät. Oh, du bist die Beine! Oh, du bist die Beine! Nö, Würmchen! Ach, nö! Ö! Ich mit einer Freundin und dann wollen sie Jugendherber gehen. Ah ja, okay. Ah ja. Ah ja. 2 zu 4, Alter. Ja. Digga, in Hochding findest du nix. In Neustadt wirst du auch nix finden. Ah, ich guck mal eben. So, ich würd sagen, wir machen Feierabend. Ja, ich will auch was machen. Und dann, irgendwas, aber ich lad das Video auf YouTube hoch, ne? Also du siehst das 14 Tage auf Twitch und du siehst das noch auf YouTube. Achso, cool. Wenn's okay ist, oder willst du das nicht? Wir hören uns, Leute. Du, Luca, du bleibst noch dran. Und ich wünsch euch allen noch einen schönen Abend und passt auf, euer Bremer.